Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs, und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Schütze! Der Schütze! Der Schütze! Der Schütze! Der Schütze! Ich habe das einfach genommen. Der Militär hat mich belogen. Jeder hat mich belogen, sogar die OSS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus, nie das berücksichtige Treue unserer Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ist das Feiglinge? Verreiß ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der geschmeißte stoffen Volk. Sie ist ohne Ehren! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer-Grabbel hält. Jahrelang hat das Militärmeleaktion nur behiget. Es hat mich jeden nur als Wettbewerb... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gelübter deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zauber in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei Ihnen verlasse, dürfen Sie sich der Wald ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Erregue, wissen Sie corners! befehl?